Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute zeigen, wie ihr einfach einen Fotokastengutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal wichtig, die Fotokastengutscheinseite zu besuchen und im oberen Bereich werden euch hier gleich unterschiedliche Gutscheine angezeigt. Zum Beispiel gibt es derzeit 10 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung oder auch 4 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Und wir möchten euch heute im Video zeigen, wie ihr diese 10 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung anwenden könnt. Dafür ist es erstmal wichtig, auf die Schaltfläche Gutscheincode anzeigen und Shop öffnen zu klicken. Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster mit näheren Informationen zum Gutschein. Zum Beispiel wird hier oben direkt der Gutscheincode angezeigt, den man sich kopieren kann, indem man hier auf die Schere klickt. Danach gibt es noch Informationen zur Gültigkeit. Dieser ist zum Beispiel nur für Neukunden gültig und es gibt auch einen Mindestbestellwert in Höhe von 40 Euro, der erfüllt werden muss. Zu guter Letzt gibt es noch Bedingungen, das ist zum Beispiel nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Im anderen Tab hat sich nun aber bereits die Fotokasten-Internetseite geöffnet und es liegt nun bei euch, entsprechende Produkte, die euch interessieren, zu designen und in den Warenkorb zu legen. Ich habe hier bereits ein Produkt für 60 Euro plus 5 Euro versandt und daraufhin müsst ihr auf zur Kasse gehen. Zwischendurch müsst ihr euch dann auch anmelden bzw. registrieren. Und im dritten Schritt bei Bezahlung gibt es nun den Reiter Gutschein und hier bei Code eingeben könnt ihr das Textfeld klicken, einen Rechtsklick machen, auf Einfügen klicken und daraufhin den Gutschein mit einem Klick auf Aktivieren bestätigen. Darunter wird jetzt nochmal der Code angezeigt. Zum Beispiel steht hier auch 9 Kunden 10 Euro ab, 40 Euro, also 25% werden das in diesem Falle. Und wir erhalten jetzt hier auch diese 10 Euro Rabatt. Wir gehen nochmal auf die letzte Seite, dort wird der Gutschein nämlich auch nochmal angezeigt, nachdem man hier die anderen Daten kurzerhand eingegeben hat zur Zahlung. Da schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier wird es angezeigt, das Produkt 60 Euro, Versand 4,95 Euro und hier werden die 10 Euro vom Gutschein abgezogen. So einfach ist es also möglich mit unseren Gutscheincodes ziemlich viel Geld zu sparen, hier immerhin 10 Euro ab einer Bestellung von 40 Euro. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao.